ja willkommen leute heute das große video zum thema der ultimative beweis warum der mensch ein pflanzenfresser ist ja ein 100 prozent reiner pflanzenfresser ihr kennt vielleicht mal ein video von damals da ging es auch darum ist der mensch fleisch oder pflanzenfresser ich werde es euch unten verlinken ganz wichtiges video und ganz lustiges video ich musste da auch mit einem beispiel ankommen hier über die zähne und bugs bunny könnt ihr euch mal angucken das video ist auch gut angekommen und kann ich euch absolut empfehlen das ist so gesagt der zweite teil davon hier gehe ich noch mal darauf ein warum der mensch natürlich ein pflanzenfresser ist damit wir uns da richtig verstehen mit den begrifflichkeiten gucken wir uns erst mal diese grafik hier an ja hier ist der mensch als fugivor geführt ja ich denke der mensch ist ein herbivor weil er sich von leafy greens ernährt also blattgrün und 100 prozentiger pflanzenfresser davon wird normalerweise ausgegangen wenn ihr jetzt zum beispiel bei wikipedia omnivor eingibt dann kommt also bildchen ja von tieren und das allererste bild ist ein mensch ja es wird davon ausgegangen der mensch ist ein omnivor was natürlich völliger unsinn ist und das ist auch ziemlich traurig also im jahr 2017 nicht zu wissen was der mensch ist ja ob der fleisch fresser oder pflanzenfresser ist ja oder halt mixtur omnivor ja ganz wichtig diese begrifflichkeit muss man kennen hier omnivor ja herbivor oder carnivor diese drei muss man kennen also hier nur fleisch ja fleisch und pflanzen und nur pflanzen ja von daher diese drei muss man kennen und in der weltliteratur und 99 prozent aller menschen auf diesem planeten denken der mensch ist ein omnivor ja was natürlich absolut fatal ist und hier wollte ich euch noch mal ein paar sachen zeigen ein paar interessante sachen zeigen die natürlich zeigen dass der mensch ein herbivor ist okay diese grafik natürlich und alles was ich hier heute im video zeige unten in der video beschreibung hier kann man noch runter scrollen und sich das mal angucken also punkt nummer eins ja die bläschendrüse die bläschendrüse hier seht ihr den wikipedia artikel davon ist eine drüse die ist beim mann bei der prostata ja über der prostata ist eine bläschendrüse ja das sind so zwei kleine drüsen sind da die produzieren etwa 70 prozent vom sperma ja von der sperma flüssigkeit und auf jeden fall diese bläschendrüse es gibt kein lebewesen auf diesem planeten das fleisch frisst ja also egal ob der fleisch und pflanzen frisst oder nur fleisch ja es gibt kein lebewesen auf diesem planeten außer dem menschen ja mit ausnahme des menschen der eine bläschendrüse hat und fleisch frisst gibt es nicht jedes tier auf diesem planeten das eine bläschendrüse hat ja frisst kein fleisch nur der mensch kann sowas machen ja nur der mensch kriegt so etwas hin das ist der erste ultimative beweis ja wenn man eine bläschendrüse hat ist man ein pflanzenfresser ein reiner pflanzenfresser ja das liegt daran dass gott keinen fehler gemacht hat beim menschen ja der hat nur den pflanzenfresser bläschendrüse gegeben also auch dem menschen und der mensch ist tierische produkte und ist fleisch okay ergibt keinen sinn ja weil gott keinen fehler gemacht hat das liegt nur daran dass der mensch fleisch fressen kann und das deswegen frisst der fleisch weil der mensch alles frisst was er fressen kann könnte er steine fressen würde er steine fressen wenn er der kuh die milch klauen kann dann tut er das dann tut er das instinkt und so und auf jeden fall das ist der erste beweis und der zweite beweis ist arteriosklerose ja ihr kennt vielleicht mein bildchen dazu habe ich schon mal gezeigt das sieht so aus veganer vegetarier und carnivor ja vegan so muss das natürlich aussehen arteriosklerose ja kommt von cholesterin ja ich werde euch das hier einmal zeigen das ist hier natürlich ein bisschen durcheinander so hier hat die wissenschaft mal herausgefunden was ist der faktor risikofaktor oder der auslöser von arteriosklerose und dann ist alles durchgegangen und hat festgestellt auf einer riesigen sitzung cholesterin ist das einzige problem cholesterin verursacht arteriosklerose die anderen faktoren die tragen nur dazu bei also die unterstützen das nur aber die sind nicht der auslöser der auslöser ist cholesterin okay so und wenn wir das jetzt wissen dass es cholesterin ist ja und wir gucken uns das hier mal an die wissenschaft und was hat die wissenschaft herausgefunden ja arteriosklerose können nur herbivore kriegen ja arteriosklerose können nur herbivore also nur reine pflanzenfresser kriegen ja wie schon mal damals in im ersten video erklärt habe wenn du einem löwen ja zum beispiel cholesterin reines cholesterin spritzt dann passiert damit gar nichts der scheitert das komplett aus warum weil er darauf ausgelegt ist ja fleisch zu fressen und deswegen kann ein löwe kann arteriosklerose kriegen versteht ihr aber wenn du es beim menschen zum beispiel machst was passiert dann der kriegt arteriosklerose wenn er cholesterin ist weil er auf keinen fall cholesterin essen sollte und hier wurde es bewiesen hier dogs cats tigers können durch gesättigte fettsäure und cholesterin arteriosklerose kriegen ja keine arteriosklerose kriegen man nicht ja und dann auch noch die quellen und so und wie gesagt nur herbivore können arteriosklerose kriegen und das ist einfach der ultimative beweis dass der mensch ein hundertprozentiger pflanzenfresser ist ja für die leute die dann sagen ja der mensch ist aber ein fleisch fresser und was passiert wenn der mensch cholesterin ist ja dann kriegt er krankheiten wie herzinfarkt ja diese ganzen gefäßkrankheiten ja hirninfarkt und so arteriosklerose und das nennt man wie nennt man das nochmal herz kreislauf erkrankungen also wenn der menschen fleisch fresser ist dürfte eigentlich keine herz kreislauf erkrankungen kriegen weil sein metabolismus darauf ausgelegt ist ja mit cholesterin umgehen zu können und dann dürfte der mensch keine herz kreislauf erkrankungen kriegen wenn er ein fleisch fresser wäre ja also ein omnivor dann gucken wir uns mal die todes die größten todesursachen der welt an platz 1 herz kreislauf erkrankungen tja die von cholesterin kommen naja also cholesterin wie wir gesehen haben ist der einzige grund für herz kreislauf erkrankungen und der mensch ist ja ein fleisch fresser also ein omnivor also fleisch und pflanzenfresser und deswegen ist herz kreislauf erkrankungen platz 1 der welt ja und oxidiertes cholesterin führt zu krebs ok so viel dazu ne ganz interessant denke ich ja das ist so eine sache leute das ist wie gesagt für mich ist das ne natürlich so komplett ob wir es einfach nur es gibt auch keinen einzigen beweis dass der mensch ein fleisch fresser ist ja gibt es keinen einzigen beweis ja der größte gegenbeweis sind die zähne ja aber dafür guckt das video nummer eins bitte und ja das war mein video dazu meine stimme löst sich gerade auf und das ist der grund wie gesagt habe ich auch schon mal ein video drüber gemacht warum kriegt der mensch diese ganzen krankheiten weil er kein fleisch fresser ist und keine tierischen produkte zu sich nehmen sollte tierische produkte haben ja alle cholesterin und deswegen entwickelt der mensch krankheiten deswegen gibt es in der natur keine krankheiten ja die tiere laufen darum und leben einfach vor sich hin die einzigen tiere die krankheiten kriegen können das sind die tiere die der mensch hält zum beispiel eine katze du fütterst eine katze kuh milch die für die kuh gemacht ist und die katze kriegt nierenprobleme ne weil die milch für die kuh gemacht ist ne ich habe noch ein bild vergessen wollte ich euch auf jeden fall noch zeigen einen moment bitte das sieht so aus kennt ihr das hier das ist so wie der mensch funktioniert ne alles hat seine artgerechte ernährung nur der mensch nicht ne und deswegen kriegt der mensch das was er kriegt ja krankheit nummer eins herz kreislauf erkrankungen und krebs ne das ist so das wollte ich euch nur noch mal hier mitteilen in diesem video der ultimative beweis wirklich das ist ich wundere mich wann die menschheit aufwachen wird wann die das endlich verstehen wird deswegen gibt es menschen die veganer werden ja deswegen sagt die komplette wissenschaft der mensch wie tierische nahrungsmittel krankheiten auslösen ja darum geht es auf meinem kanal ja guckt euch jedes video von mir an da geht es immer darum dass der mensch von irgendwas eine krankheit kriegt und dieses irgendwas ist immer ein tierisches produkt ja von daher leute ja wir sind so gesagt die pioniere die die es verstanden haben und die die veganen sich ernähren natürlich wenn man so an mcdougal denkt oder so der ist 40 oder 50 jahre schon veganer der ist natürlich noch viel viel früher verstanden und ja ich habe zum glück vor ein paar jahren verstanden vor über drei jahren und ja so lebe ich dann jetzt auch ne als pflanzenfresser als reiner pflanzenfresser weil ich ein reiner pflanzenfresser bin ja rein von meiner anatomie von allem einfach von allen eigenschaften des menschen ist der mensch ein pflanzenfresser von daher leute das war mein video dazu ne ich hoffe es hat euch gefallen teilt das video mit euren freunden damit die das auch wissen und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten video abonniert mein kanal ja wenn ihr weitere videos sehen wollt und bleibt gesund und peace